Um die Temperatur T der Sonne von der Erde auszuberechnen, müssen wir zunächst herausfinden, welches Licht die Sonne emittiert. Die Sonne emittiert ein polychromatisches Licht, also infrarotes Licht, sichtbares Licht und sogar Röntgen- und Gammastrahlung. Wir müssen die Wellenlängen Lambda jeder dieser Strahlungen herausfinden und mit welcher Intensität sie emittiert werden. Wenn wir alle Wellenlängen mit ihren Intensitäten in ein Diagramm einzeichnen, erhalten wir eine sogenannte spektrale Intensitätsverteilung der Sonne. Aus dieser Verteilung müssen wir die Wellenlänge Lambda max ablesen, die die höchste Intensität hat. Wir müssen also das Maximum der Funktion ablesen. Anschließend können wir die Temperatur der Sonne mit dem Wienschen Verschiebungsgesetz berechnen. Dazu teilen wir 2897 mal 10 hoch minus 6 Meter Kelvin durch Lambda max. Bei der Sonne liegt das Maximum im blauen Lichtspektrum bei der Wellenlänge 490 Nanometer oder 490 mal 10 hoch minus 9 Meter. Das ergibt eine Temperatur von 5900 Kelvin oder 5630 Grad Celsius. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017